hallo leute und herzlich willkommen hier zum wahrscheinlich letzten part vom netten kleinspiel jungle fever wir sind jetzt hier bei level 21 wenn ich mich richtig in erinnerung habe auf jeden fall dieses level werden wir ohne probleme hinkriegen die frage ist wie viele punkte wir kriegen aber ich meine wir haben eh volles leben insofern ist es eigentlich also 10 leben mehr geht halt leider nicht das war jetzt doof aber egal das war jetzt auch doof egal was du sollst der high score ist eh versagt glaube ich aber du sollst jetzt schwimmen 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 wird es eigentlich schneller das nette krokodil ich hoffe man hört die tasche jetzt nicht zu hart aber ich drücke jetzt gerade wie ein blöder die nette leertaste also man sieht das level ist schon mal sehr lang aber wir haben uns ja auch ein ende entgegen deswegen kann man das durch mal in kauf nehmen dass die level etwas länger werden sonst wäre es auch ein bisschen langweilig wenn es immer nur das gleiche wäre das ist jetzt sehr kacke das war sehr knapp ich glaube es wäre direkt danach hochgesprungen gott die sind aber auch gerade blöd gestellte die liaren ja da habt ihr jetzt gesehen wie man über eine schlange drüber springen kann das ist auch tödlich und nervig und egal nicht egal aber egal was soll es okay das gab jetzt überhaupt keinen sinn ist mir egal aber egal aber ihr habt gesehen man kann auch blöderweise über eine schlange drüber springen das heißt ja man kann es auch sehr gerne verkacken bei den schlangen und jetzt ist er wieder sehr 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 traurig aber er lebt noch das ist die hauptsache okay jane ist ersoffen das ist jetzt vielleicht nicht so super aber hey die kommt ja wieder na toll ist auch sehr nett hier gleich am anfang rausgeworfen zu werden also ihr seht schon die wasserlevel haben schon einen sehr großen vorteilen dass man einfach durchschwimmen kann und ich meine er ist ein sehr guter schwimmer ausdauer hat er natürlich wie ein wund wir haben hunde ausdauer ich denke ja schon haben wir ausdauer jeden fall mehr als ein normaler tatsachen mit so einer riesennase habe ich mal hier hat alles große nasen und schlangen haben große nasen haben große nasen haben große nasen es hat naja eine lange nase aber ich meine das ist ja schon fast standard bei krokodilen man könnte jetzt noch gucken ob das ein äh Salz oder ein Süßwasserkrokodil ist aber da ich mich dann gar nicht auskenne kann ich jetzt dazu auch nicht sagen sorry Leute ich verkack's gerade ziemlich hart hier aber egal wer braucht schon Punkte solange wir noch volles leben haben und hier immer schön durchkommen ist das ja kein problem ich hoffe jetzt mal dass es beim nächsten mal beim dschungel level denke ich mal dass es wieder ein dschungel level wird das ist nicht so wird wie jetzt denn dann habe ich ein großes problem wenn zehn leben sind dann relativ schnell verbraucht schwimmt schneller und ach nein jetzt ist er wieder traurig egal kriege ich auch noch hin dass er wieder glücklich ist irgendwann 25 es geht echt dem ende entgegen aber jetzt hat man wenigstens kein zeitdruck sondern kann man sich schön zeit lassen außer wenn nach wann die jahren haupt so das hätte jetzt gepasst aber hey was soll es noch kommen sehr schön ist sehr schönes ding dann haben wir einen schon mal weniger auf dem rückweg das war auch gut dass ich nicht gesprungen bin und die schlange wirkt ganz komisch auf jeden fall können schlangen blinzeln glaubt nicht oder ich glaube beinahe nicht weg affe nun gut das wird mich interessieren wenn ihr das wisst schreibt es mir in die kommentare das wird mich echt mal interessieren ob schlangen euch glaubt nicht wobei manche rezeptieren können blinzeln gute frage beziehungsweise unnütze frage aber ich finde sie ganz interessant grad vor allem weil ich nicht weiß ich würde jetzt mal stark auf nein tippen aber ich will da jetzt auch nichts sagen also wenn es wisst dann würde mich das echt mal interessieren weil ich meine es gibt ja es gibt ja weitaus mehr tiere als die säugetiere die blinzeln können und gibt's überhaupt gibt's überhaupt säugetiere die nicht blinzeln können glaube ich gibt's auch nicht oder bin ich jetzt auch wieder überfragt aber ich würde jetzt einfach sagen von mir aus würde ich sagen alle säugetiere können blinzeln das war aber auch in letzter milisekunden habe ich das gefühl ich packe es nicht diesen sprung da muss ich ganz schnell drücken ich packe ich nur auf der anderen seite aber egal er ist wieder glücklich das ist die hauptsache und wir sind glücklich weil wir ein level mehr geschafft haben also ja da sind wir schon was ich für level meine vielleicht so ein bisschen ich hasse es ich hasse also sowas hat sich dann einfach mal richtigen darf man leider sehr moment mal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kann zwar mehr aha man kann mir als zehn leben haben die werden einfach nur nicht mehr angezeigt aber man kann es jetzt eigentlich mal gut geteilt sein hier dankeschön wir werden einmal nicht mehr angezeigt also hier ist ein sehr affenreiches level wie man irgendwie aber egal ich versuche jetzt einfach auf dem hinweg so viel wie möglich runter zu kriegen und dann wird das vielleicht sogar passend auf dem rückweg aber sehen wir dann auf jeden fall mehr als zehn leben das finde ich cool das finde ich sehr gut das heißt ihr könnt doch nicht so sagen punkte sind jetzt im moment egal das heißt ja bisschen anstrengend dass wir auch punkte kriegen ja das war jetzt auch genau im unfassenden moment gesagt aber egal da haben wir wieder 50 punkte und ich sage immer sehr oft ist egal aber aber egal okay das war sehr sehr knapp egal 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 okay ich zähle jetzt mal wie oft ich egal sagt nein sagen tue ich nicht tut ihr bitte auch nicht das ist nämlich eine sehr hohe zahl und er ist traurig wir wollen ihn doch nicht traurig sehen aber wir haben noch drei level vor uns und das dürfte eigentlich hoffentlich schaffbar sein ich weiß gar nicht ob ich ich weiß echt nicht ob ich schon mal durchgespielt habe aber eigentlich ich meine okay wir müssten denken wie da war ich sechs jahre jünger das war dann schon richtig hartes spiel man kann halt auch einfach zu gut sein in dem spiel hier und vor die liane springen und wieder 50 punkte ich weiß nicht warum das mache ich nicht extra aber es ist wieder so dass ich genau 50 punkte vor dem nächsten level ich kriegst ja dann ja immer relativ bald noch danach so das passt auch die sind ja schön nah beieinander passt auch noch ja das level ist jetzt irgendwie viel gelassener ist da vorwarten härter mit den ganzen affen schlangen und was weiß ich was da noch so alles rumgekreucht ist sehr schön sehr schön sehr schön jetzt holen wir es aber alle von den lianen hier runter so muss das sein wir kriegen punkte und er ist glücklich und beide sind glücklich darum geht es ja nicht nur er der glücklich ist level 28 langsam aber sicher geht es dem ende entgegen im moment gibt es ein gut machbar aus erstmals weg weiter sind nicht weg nur gut kann nicht alles haben und solange ich jetzt hier noch gut durchkommen ohne zu verrecken dass wir auch noch nur laufen laufen aber auch immer runter Was ist denn das jetzt? Warum steht die jetzt auf so einem Bergding und nicht mehr auf ihrem Baum? Das verstehe ich jetzt echt nicht. Aber egal. Wird schon alles seinen Grund haben. Ich muss hier ganz schnell weg. So, gut. Den Atmen nehme ich mir noch mit. Beziehungsweise stoße ich eben runter. Den auf. Haha, passt doch alles perfekt hier. Aber ich frage mich da, warum sie nicht mehr auf ihrem Baum stand, sondern auf diesen Posten? Ist das so jetzt Abwechslung oder haben da irgendwelche Leute es einfach mal gedacht? Machen wir mal anders. Sonst wird es zu lang, weil ich... Ne, aber das ist mir jetzt echt nicht in Erinnerung geblieben, dass das anders ist. Das war jetzt echt mal mega knapp. Die Karaffe muss weg. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie viele Schlangen sollen hier denn noch kommen? Und immer eine Giraffe dazwischen. Da kann man sich schon mal drauf einstellen. Ne, ich warte hier. Ich warte hier, Leute. Ich warte lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Haben Sie zwischen auch mal welche? Ne, da ist jetzt aber noch eine Affe. Oh Gott, das war jetzt sehr bitter. Das gebe ich gerne zu. Oh yeah. Sehr schön, sehr schön. Oh oh. Oh oh. Oh man, ich will doch die Affe kriegen. Sag mal, wie viele Giraffen kommen hier denn eigentlich gerade rum? Haha, okay. Den habe ich nicht gekriegt, den netten Affen, aber egal. Doch, ich habe ihn ja gekriegt, aber ich habe ihn ja gar nicht gekriegt. Nun gut, habe ich auch was. Wie viele Leben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe nur noch neun Leben. Ich verliere hier aber auch gerade ein paar, ne? Und ich habe gerade eins dazugekommen. Das heißt, ich muss jetzt wieder ein bisschen Punkt besammeln, damit ich wieder ein neues kriege. Egal, kriegen wir hin. Müsste machbar sein. Ich warte jetzt echt lieber ein bisschen länger. Weil ich meine, ich will es ja auch durchspielen, um es zu sein. Ich will jetzt nicht hier das Ganze dann nochmal machen müssen. Das wird jetzt sehr knapp. Nö, wir sind fast alles locker, alles locker. Aber die Affen sind irgendwie die, da kriegt man immer so ein bisschen... Hektik, Panik. Jetzt, ach Gott, jetzt kommen wieder die ganzen Kücher hier. Ne, ich warte lieber. Ja, war gut. So, jetzt hat er jetzt fassen. Aber knapp. Ich warte lieber. Ja. Ihr wisst warum. Ja, wie soll ich denn den kriegen? Eigentlich sieht es ein bisschen unlogisch aus, aber egal. Vorletztes Level geschafft. Ich bin mal gespannt jetzt hier. Level 30. Also eigentlich müsste es 30 Level geben. Vielleicht gibt es noch ein extra Level, aber... Das weiß ich jetzt auch nicht genau. Eigentlich steht drauf, 30 Level. Also insofern vertraue ich denen jetzt auch mal. Ich warte lieber, bis die Kamera mal mitgekommen ist. Geh weg, jetzt. So, jetzt muss man nicht verkacken hier in den letzten schönen Level. Och nö, ich bin das gleiche hier, Mensch. Geh weg. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder 10 Leben. Wodran hält er sich eigentlich noch fest? Das ist doch gar nichts mehr. Och nö, oder? Ich hätte den Affen perfekt gekriegt, Leute. Das war sehr doof. Okay. Okay, Konzentration, Konzentration. Wollen die mich verarschen eigentlich? Ich muss springen. Sonst hätte ich das Ganze nicht mehr von der Zeit mit dem Affen gepackt gepasst. Na Gott. Okay, also man sieht, man verliert dann doch noch relativ. Scheiße. Okay, okay, okay. Jetzt noch mal durchatmen. Verdammt der Scheiß atmen. Ey, ich krieg die Krise hier. Na ja, gut. Egal. So, jetzt noch mal ganz ruhig und nicht durchspringen. Das ist echt ziemlich doof, wenn man das macht jetzt hier. Wobei es halt davor immer so chillig war. Deswegen macht man das gerne. Oh Gott. Hier leben. Egal. Kriegen wir hin. Jetzt. Jetzt springe ich. Wot, guck. Hä? Seht ihr, was ich meine, Leute? Da kriegt man doch echt die Krise hier. Na toll, na toll. Super. Super, super, duper. Leute, 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 Leute. Der läuft jetzt auch wieder hoch. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? So. Na toll. Okay, okay, okay. Ich hab noch ein Leben. Ich hab noch ein Leben und krieg die Krise. Ich passe jetzt bei jedem Sprung extra mega auf. Geht nicht so aus, aber tue ich. Ne, mache ich nicht. Das ist schlecht. So, warten, warten, warten. Affen dürfte es auf jeden Fall weniger geben. Warten, warten, warten. Warten, ne, ne, warten, warten. So. Warten, warten, warten. Ich warte jetzt echt immer ewig, weil ich grad nur noch ein Leben hab. Und das finde ich echt cool. Ich gucke, ob da noch ein Affe dran ist. Oder ob da doch noch irgendwas hochkommt. Ne, tut's nicht. Sehr schön. So, will hier noch eine schöne Giraffe auftauchen? Ja, war klar. Weil ich jetzt gesprungen hätte ich ein Problem gehabt. So. Ne, ich spring jetzt nicht. So, noch vier Sprünge brauche ich, dann habe ich ein neues Leben. Das wäre im echt sehr recht. Da ist ein Affe dran. Das finde ich uncool. Affen machen wir nämlich jetzt gerade am meisten Stress. Ach so, scheiße, ach so, scheiße, ach so, scheiße. Geh weg, Giraffe. Hu, 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 hu. Okay, okay, den Sprung muss ich jetzt noch fangen. Der Part ist eigentlich zu Ende, aber egal, das Level machen wir auf jeden Fall noch. Ne, ich spring nicht. Das ist aber auch so ein bisschen... ...Rage-Spiel hier irgendwie. Man kriegt ja echt immer die Krise. Ne, ich warte lieber. Der Elefant ist so nett, da kann man auch mal ruhig warten. Wieso? Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Ach so schön runterkommen. ich habe zeit weil ich habe zeit ich habe zeit sehr schön keine hektik keine hektik ich bin aber ehrlich gesagt muss ich jetzt echt sagen bisschen hier bisschen auf adrenalin oder was auch immer was auch was ich da drauf bin auf jeden fall ist da nicht so ganz gelassen weil ich will es jetzt echt schaffen und habe keine lust das ganze noch mal zu wiederholen weil man dann wenn man einfach verreckt hier alles kaputt ist aber der letzte sprung jetzt bin ich mal gespannt was jetzt kommt okay ich hab's nie durchgespielt leute habe ich noch nie gesehen was ein player was ein player leute seht euch an seht euch an der dirk schiemann hier wieder der dirk schiemann nun gut gott oh gott oh gott ging jetzt alle dadurch okay es gab anscheinend mehrere james anscheinend sehr sehr viele was ein player ist ja unglaublich hier ist ja unglaublich die nächste nächste aber der hat auch der hält durch hier nächste okay also er hat auch praktischerweise zwei türen sehr sehr praktisch ja bei der einen kleben irgendwie ganzen leute rein bei der anderen raus kommen die sich auch nicht irgendwie zu entgegen oder so dann merkt man es natürlich okay ich meine die stehen alle in einer schlange an ich kann da merkt man schon dass man nicht die einzige ist aber nun gut das war's dann ich würde sagen ich warte jetzt aber trotzdem noch damit wir auch noch sehen welchen heiß war wir haben aber ich habe es echt noch nicht durchgespielt also ich habe das hier noch nie gesehen aber muss ja auch sagen ich hatte es auch viel leben ich hatte zwölf leben oder was und am ende hatte ich nur noch zwei und es war ja echt knapp und ja man muss da die nerven bewahren aber ich finde es einfach ein lustiges spiel und deswegen habe ich es auch gespielt und irgendwie erinnert es halt ein bisschen noch so an die kindheit weil das war so eines der ersten pc spiel ich echt gespielt habe und ja hat auf jeden fall mir noch mal spaß gemacht das ganze anzufangen beziehungsweise eben schnell durchzuspielen geht ja eigentlich ganz schnell dreiviertel stunde oder so hat es jetzt gedauert aber trotzdem hat es spaß gemacht mir zumindest hoffe euch auch ich bin mal gespannt wie lange das auto jetzt noch geht hier oder der abspann aber der gute der Tatsan hier der hält noch durch unglaublich okay gut und das soll kinderspiel sein da kann man das vermittelt doch voll den falschen eindruck oder aber egal warte mal haben wir den nicht schon alles gesehen hier läuft es auf dauerschleife ich bin mir gerade echt unsicher ob das nicht auf dauerschleife doch das läuft auf dauerschleife leute gut dann kriege ich jetzt einfach mal ich meine das läuft auf dauerschleife aber ich meine den namen lädt sich eh keiner durch und hinten dran passiert auch nicht viel mehr das heißt ich drücke jetzt einfach mal escape und jetzt kann ich eingeben sehr schön pin die games ich habe natürlich den highscore geknackt mit level 30 durchgespielt zack sind notiert und die ganzen leute hier sind voreingestellt dass man halt ein bisschen was zu knacken hat auch wenn man noch gar nicht erst angefangen hat zu spielen ich würde sagen das war es dann von jungle fee weil ich hoffe es hat euch gefallen mir hat auf jeden fall spaß gemacht wieder das ganze anzufangen und schnell durchzuspielen ich hoffe es hat euch auch spaß gemacht was haltet ihr davon von so kleinen mini games ich nenne es jetzt mal mini games obwohl es halt schon ein bisschen okay ist ein mini game eigentlich aber es hat kein flash game aber was haltet ihr davon ich finde es eigentlich ganz cool würde mich aber mal interessieren was ihr von sowas haltet und dann sehen wir uns auch nicht beim nächsten mal wieder bei irgendeinem anderen projekt hier was alles auf meinem kanal läuft ist ja eine menge ich sag danke zu schauen hoffentlich gefallen und dann bis zum nächsten mal